Hi liebe Freunde von Kopp, ich stelle euch heute unser aktuelles Monatsangebot, den Kopp Einsatzhandschuh 320 PPGTS vor. Den schauen wir uns an. Das ist ein komfortabler Einsatzhandschuh mit verstärkten Fingerkuppen und dem schnitthimmenden Innenhandschuh aus Amotex rundum. Dieses Innenfutter ist mit Silver Plus Imprägnierung, verhindert die Vermehrung von geruchsverursachenden Bakterien. Die Handflächen sind aus abriebfestem Leder. Der Bereich des Hand- und Daumenrückens besteht aus einem elastischen und atmungsaktiven Nylongewebe. Dieses Material gewährleistet einen engen Sitz, optimale Passformen und reguliert das Klima innerhalb des Handschuhs. Über den Fingerknöcheln haben wir eine elastische Einlage aus abriebfestem Nylon. Wir haben hier einen verlängerten Bund, der dank des verwendeten Neoprenmaterials das Handgelenk umschließt. Eine Lasche mit Kleppverschluss am Bund sorgt für einen sicheren Halt. Wir haben eine Touchscreen-Funktion an Daumen und Mittelfinger, um Handys bedienen zu können. Dieser Handschuh ist bei uns erhältlich für 69,90 Euro statt 84,99 Euro in all unseren Stores oder unter www.cop-shop.de Und hier ist die Handelskuhl.